Achso, warte mal. Ach ne, haben wir schon. Gut, habe ich jetzt neue Baumöglichkeiten? Ja, das ist schön. So. Dann werden wir jetzt nämlich uns ein bisschen besser versorgen. Ja, hm. Da oben wollte ich was anderes hinbatschen. So, das will ich so und dann zwei weiter. Genau so. Und dann kann man nämlich da oben sagen. Da kommt ein Metzger hin. So, das ist mir jetzt wichtig, dass ich da die Lebensmittel bekomme. Weil wunderbare Lebensmittel sind noch genug. Habe ich eigentlich schon einen Stein? Ja, habe ich schon. Ja. Das ist aber blöd. Da ist es aber echt blöd. Ich wollte den eigentlich wirklich hier vorne irgendwo hinsetzen. Da kann ich nicht, weil ich dafür Steine bräuchte, dass er da hinkommt. Eigentlich wollte ich den so hinsetzen. Das geht nicht. Da reinsetzen geht auch nicht. Das heißt, ich muss ihn da unten reinsetzen. In diesen Steinbruch. Na gut, das wird gehen. Das würde echt gehen. Okay. Das können wir machen. So, aber als erstes machen wir jetzt auf jeden Fall den Metzger. Und wir können Schnaps anbauen. So, und ihr hört mal auf, mir wegzuwachsen. Oh, ist gezeichnet. So, und dann würde ich ganz gerne hier einen. So, ein Weingut. Das wäre dann ja... Wenn ich das richtig sehe hier. Ein Weingut. Also, das wäre hier eins. Eins. Zwei. Drei. So, und es kann ruhig von der Seite da bedient werden. Das ist gar nicht so blöd. Okay. Aber wir fangen trotzdem mit einem Steinbruch an. So, da ist ein Steinmetz. Den hätte ich gern so rum. Also nicht direkt davor. Sondern so zwei, zwei, ne? Das wäre der erste. Und dann käme mir der zweite. So, und den eigentlichen, den Kasper da unten, den kann man eigentlich aufräumen. So, aber was wir jetzt auch schon mal machen, ist, dass wir hier Wein pflanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, und dann mache ich mir mal Markierungen. Da nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da nicht, da nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da nicht, da nicht. Okay, und dann müsste ich dann weitermachen. Also es gehen am Anfang erstmal nur zwei. Okay. Und dann könnte ich mir später vielleicht mal überlegen, ob ich das unsortiere. Aber das sind Dinge, um die kümmere ich mich dann später. Wir bauen einen zweiten Steinmetz. So, und dann bauen wir da gleich mal eine Straße hin. So, und den da können wir eigentlich vernichten. Dann können wir da nämlich weiter wachsen. Städtetechnisch. So, und Weingut Nummer eins wäre dann da. Wir können eigentlich da schon mal sagen... Wir reißen da auch mal ein bisschen ab. Da, da. Und da, und da. So. Dann können wir da schon mal sagen... Eins, zwei. Eins, zwei. Da, 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 da. So. Gut, wir warten auf die Steine. Ähm. Könnt ihr wieder haben. So, dann sollte ich vielleicht noch ein paar Hütte hinsetzen. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. So, können wir die schon ausbauen? Ja, können wir. Das würde ich auch gleich machen. Wegen den Lagekapazitäten. So, wir brauchen eigentlich noch mehr Holz. Okay. So, Stoffe haben wir noch genug. Werkzeug wird ein bisschen knapper. Wie gesagt, eins nach dem anderen. Ich bin da immer der etwas gemütlichere. Ich möchte es nicht übertreiben. Und am Anfang ist es ja noch so, am Anfang haben wir ja noch genug Geld. Und weil das jetzt auch langsam knapp wird. So, wir haben aber jetzt ein paar Steine. Da können wir jetzt wahrscheinlich das erste Weingut nehmen. So, und dann können wir da das zweite Weingut bauen. Wunderbar. So, und dann können wir da eigentlich ein Wurzhaus hinsetzen. So wahrscheinlich. Genau, so klingt gut. Dann weiß ich nämlich schon, in welche Richtung ich wachsen kann. Dann wäre es aber vielleicht fast so sinnvoll, oder? Oder? So. Das machen wir jetzt einfach, oder? So, und dann würde ich... Eure Stadt wächst und gedeiht. Dann würde ich zu dir noch sagen. Die Kosten explodieren gerade ein bisschen. Wie sieht es mit Alkohol aus? So, dann würde ich zu dir noch mal... So. Dann würde ich fahren. So, und dann können wir jetzt ja, können wir ja jetzt den Kaio ausbauen. So, und dann können wir ja jetzt den Kaio ausbauen. Ja, irgendwie bin ich versucht, hier hinten noch ein Ding hinzusetzen, aber da kann ich gar nicht bauen, weil ich den da ein bisschen blöd gesetzt habe. Gut, ich habe ihn eigentlich nicht blöd gesetzt, eigentlich ist er gut gesetzt, aber für das da ist es natürlich blöd gesetzt. So, und dann können wir da noch einen hinsetzen und da aufs Eck auch noch einen. Ah, super. Perfekt, dann sind die Kosten jetzt nicht mehr ganz hoch, die laufenden zumindest nicht mehr ganz so hoch, würde ich ganz gerne mal speichern. So, Lebensmittel ist ein Ort und Stoffe wird... So, genau, das ist jetzt hier genau grenzwertig. Den können wir auf jeden Fall noch da hinsetzen. Eins, zwei, drei... Bis zum nächsten Mal. Soooo So, und eigentlich können wir jetzt mit dir schon mal auf Runden gehen. Und schauen, wo wir eine Tabakinsel finden. Aber ich habe so gerade momentan so ein bisschen das Gefühl, dass das Monetär nicht reicht. Also ich habe momentan wirklich das Gefühl, dass Monetär unser Geld gerade nicht ganz so... Ähm, wir hatten nicht so ganz den optimalen Start. War vielleicht auch blöd, diese Insel zu nehmen. Hätten wir gleich die da unten nehmen sollen. Ja gut, die wäre noch kleiner. Die ist halt schon groß gewesen. Die Insel sieht auch nicht schlecht aus. So, also. Will ich mal ausprobieren. Hat der eine Kirche? Der hat noch eine Kirche. Okay, das ist super. Dann passt das noch. Dann können wir hier noch sagen... Also, Kirche. Also, wir haben jetzt eine Kirche. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Wollen die eigentlich schon einen Arzt? Nö, wollen sie noch nicht. Können schon die Feuerwehr bauen, aber... Das will ja noch keiner sein. Da sind 100%, da sind 96%. So, wo ist mein Schiffchen? Da ist mein Schiffchen. Dann schau doch mal. Ui, da ist 100 Tabak. Dann können wir den eigentlich schon... Ah, schön. Dann können wir den eigentlich schon vorbereiten. Da, 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 da. So, du darfst mal hier bleiben. Ich möchte einfach nur gucken, welche Inseln wir eigentlich alle in Beschlag nehmen müssen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Erz auf dieser Insel. Gehen wir mal da hin. Da, 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 da. So, super. Dann würde ich da auch noch ein paar hinsetzen. Da kommt noch einer hin. Da kommt noch einer hin. Und dann können wir da unten... Irgendwann sollten wir ja auch noch die Feuerwehr hinsetzen. Aber für die Feuerwehr habe ich gerade kein Geld. Und dann sollte ich mal hier schauen. Okay, Lebensmittelsstoff passt noch. Alkohol passt auch noch. Wunderbar. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Ay, 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 ay. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Es gibt Golderz auf dieser Insel.